Heute mit Alexandra Kröber. Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Ja, vier lange, zähe Wochen brauchte es, um wieder bei Null zu stehen. Jamaika, die bunte Seifenblase, ist geplatzt. Und nun wird erstmals der schwarze Peter hin und her geschoben und ein Tag des mindestens tiefen Nachdenkens eingelegt. Nur leider ist dafür gar keine Zeit. Was müsste nicht alles ganz schnell auf den Weg gebracht werden? Zum Beispiel eine viel bessere Energieeffizienz. Eines unserer Themen heute. Auch die Weltklimakonferenz in Bonn dauerte, wie die Sondierungsverhandlung in Berlin, länger als geplant. Bis in die frühen Morgenstunden wurde bis zuletzt um eine Einigung gerungen. Dann nahm Frank Baini Marama seinen Hut als Präsident der COP23. Und wir ziehen Resümee. Wohl aus gutem Grund, denn dann hätte sich auch Deutschland wieder rechtfertigen müssen für die vielen bisherigen Verfehlungen in der Energie- und Klimapolitik. Dafür, dass der Kohlendioxidausstoß steigt statt sinkt, dass die Pkw nicht sauberer geworden sind und immer noch zu viele fossile Kraftwerke am Netz sind. Und hinzu kommt, dass wir mit den klaren Vorgaben der Europäischen Union, Energie einzusparen, nicht Schritt halten können. Schlimmer noch, wir müssen sogar schummeln, um uns nicht total zu blamieren. Wie die Schweiz und Österreich dastehen beim Thema Energieeffizienz, haben wir für Sie auf nano.de zusammengestellt. Klar ist, wir brauchen Energieeffizienzmaßnahmen, um die Energiewende zu verwirklichen. Und klar ist auch, das hat seinen Preis. Investitionen, die Unternehmen oftmals noch abschrecken. Lohnt sich das? Amortisieren sich die Kosten? Wir zeigen Ihnen zwei Beispiele aus Industrie und Handel, die belegen, ja, lohnt sich. Und zwar nicht nur ökologisch, sondern auch ökonomisch. An uns alle wendet sich auch die Europäische Woche der Abfallvermeidung. Denn Abfall produzieren wir ja alle bergeweise. Die Aktionswoche zeigt, wie wir den wirksam reduzieren können, indem wir Kleidung und Lebensmittel umweltfreundlicher verpacken, ordentlich entsorgen und wiederverwerten. Jutebeutel statt Plastiktüte, Thermobecher statt Pappbecher. Das ist bei vielen ja schon Usus. Und das ist auch gut so. Eine richtig gute Erfindung ist auch der gelbe Sack. Mülltrennung, dafür sind wir Deutschen doch berühmt. Zurecht trennen wir hier wirklich die Spreu vom Weizen? Also nicht Tee trinken und abwarten, was der Gesetzgeber sagt. Aber vielleicht Kaffee, der soll ja anregend wirken. Und vielleicht regt er auch unsere grauen Zellen an, wie wir all die Herausforderungen beim Schutz unserer Umwelt hinbekommen. Wir haben hier derweil mal ein paar Anregungen, was Sie mit Kaffee sonst noch so alles anstellen können. Bei uns im Studio ist jetzt auch Ruhe, zumindest für heute. Morgen geht es hier wieder rege bei uns weiter. Bis dahin, einen schönen Feierabend. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.